weil das auch richtig lose hier oben wenn du hoch angst kriegst kannst du aufhören hochzufahren runter ist rum kannst du nur hoffen keinen stein zu erwischen oder wenn das lenkrad vorne stehen bleibt weil du angst kriegst das ist nicht viel zu hart beseitete wie uns Na gut, dann tun wir es noch nicht besser. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber das geht 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 Und das geht Und das geht Und das geht Und das geht